ist das scheiße rechts oder links entscheide dich was ja was musst du denn hier machen auf jeden fall das linke genommen glaube ich ich komme auch nicht weiter die kommen nicht weiter der ist zu ja und wie bitteschön sollen wir da rein danke ich weiß nicht wohin da komme ich nicht hin da 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 komm nimm das und schluck boah schluck jetzt habe ich alles verballert ich komme nicht weg Ich habe sechs Pillen geschluckt. Das Spiel ist mir zu gruselig. Das Spiel ist mir wirklich zu gruselig. Das ist wirklich richtig... Ich komme da jetzt wieder in... Ich verstehe das nicht. Wir haben doch jetzt sechs Pillen gefressen. Hier können wir auch nicht hin. Toll, dieser Pluss, ich muss wieder zurück. Geht er da? Er ist weg. Nein, der steht da. Aber der tut nichts. Aber jetzt auf einmal schreit der. Dude. Ich weiß nicht mehr, wohin. Das ist so blöd mit den Pillen. Woher soll man den Pillen bekommen? Wir sind hier stuck. Was? Was? Ist alles zu? Errungenschaft freigeschaltet? Was für eine Errungenschaft. Wo bin ich? Okay, jetzt sind wir irgendwo da draußen. Hier waren wir aber auch schon. Und dann sind wir... Ich kann es nicht mehr, wenn ich mich hierherkennen. Bis zum nächsten Mal. Ich kann es nicht mehr, wenn ich mich hierherkennen. Da ist er schon wieder. Aber was will er von uns? Und dann plötzlich, bam, sehen wir gar nichts mehr. Das sollte man einfach abbauen. Aber solange der uns nichts tut, ist mir das eigentlich auch wurscht. Oh, sag mal, wie weit bin ich eigentlich schon? Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Habe ich noch viel zu spielen? Obwohl wir das Licht schon alles angemacht hatten. Ach, gib mir doch Pillen. Ey, das ist doch nicht normal. Wofür brauche ich eigentlich diese Pillen? Das Ende geht relativ schnell. Die letzte. 50% ist akzeptabel. Wieso habe ich wieder zugemacht? Der soll nicht zumachen, der soll aufmachen. Der soll nicht zumachen, der soll aufmachen. Ach zu. Irgendwelche Pillen. Gib mir noch irgendwelche Pillen. Leute, ich würde da wieder zugemacht werden. Wir gehen noch ein paar Minuten. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Die Nummer zu tortoise. Wir haben schon wieder eine Karte. Nee, doch. Was? Nee, doch. Ihr müsst schon den ganzen Sätzen schreiben, Leute. Ich kann die Tür nicht öffnen. Aber ich muss da hin. Ich muss ja da hin, oder nicht? Schau mal, ob da eine Karte schon drin ist. Nee, nee. Und wieso soll denn hier eine Katerin sein? Ah! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Schnauze voll, Schnauze voll, sorry Leute, Schnauze voll, das ist mir, das ist mir, das war mir gerade ein bisschen zu heftig. Boah, ich hab echt für richtig Gänsehaut, das ist mir echt doch zu gruselig. Das ist mir zu gruselig, wenn wir wirklich mal weiterspielen sollen bei Hector, lasse ich es euch wissen, aber im Moment nie. So Leute, das war es erstmal mit Part 1 von Hector, das wird auch bei YouTube nur als Part 1 eingestellt, nicht finish. Also Leute, nee, kommt da, kommt da so, nee, was war das überhaupt? Was war das? Nee, nee Leute, da ist ein Hammer-Spiel, ehrlich, ist ein richtig geiles Spiel, aber die Schock-Szenen, die sind Hammer, die sind Hammer, aber ich kann sowas nicht spielen, ich hasse einfach Horror. Und das war einfach nur, das war, ja, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Aber jetzt erstmal ist Pause.